Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer EA FC 24 HSV Karriere. Heute geht es weiter und wir wollen in dieser Folge die erste Bundesliga-Saison, zumindest mal die Hinserie, beenden. Das bedeutet, in der nächsten Folge steht eine Transferphase an und es läuft ja nicht perfekt bei uns. Und deshalb die große Frage an euch für die Kommentare unter dieser Folge, soll es Wintertransfers geben? Wenn ja, auf welcher Position soll es auch Abgänge geben? Alles mögliche Vorschläge, aber auch spezifische Scouting-Berichte. Also brauchen wir beispielsweise einen Innenverteidiger, brauchen wir einen rechten Flügel, brauchen wir einen Stürmer? Also was gerne in die Kommentare, auf welcher Position seht ihr am ehesten Bedarf und welche Spieler sollten wir vielleicht im Winter zu Geld machen? In der heutigen Folge wollen wir dann also die Wintertransferphase zumindest mal erreichen, spielen dafür an Nikolaus 2024 gegen Union, dann Mainz, Gladbach und Köln. Gladbach werden wir heute auf jeden Fall mal schnell simulieren. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, aber gegen Gladbach haben wir halt in der letzten Folge erst gespielt. Deshalb ist es, glaube ich, verständlich, dass wir das jetzt dann mal machen werden. Mit Köln spielen wir dabei in dieser Folge nur gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten. Ja, die sind nur einen Punkt hinter uns aktuell. Mainz ist dann schon wieder ganze vier vor uns. Gladbach fünf und Union Berlin ist aktuell sogar dritter. Also die sind auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Dann wollen wir aber heute erstmal rein starten, also gegen Union. Das wird eine ziemlich schwere Aufgabe. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das Projekt nach wie vor supporten wollt. Gerne ein kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Alle zwei Tage kommt ja eine neue Folge der Hasau-Karriere. Immer im Wechsel mit der Spieler-Karriere. Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt und auch gerne den Kanal weiterempfehlen. Unter der letzten Folge gab es auch viele, viele Vorschläge für eine potenzielle dritte Karriere. Und ich kann sagen, natürlich kann ich am Ende nur einen eurer Vorschläge umsetzen. Wahrscheinlich, wie gesagt, werden wir das auch über eine Abstimmung regeln. Aber ich finde, da waren auch echt gute Vorschläge dabei für neue Sprint to Glories. Da würde ich gerne auch mal wieder ein bisschen angreifen in EAFC24 demnächst. Also mal gucken, vielleicht wird euer Vorschlag nicht als Karriere umgesetzt, aber dann zumindest als, ja, STG hier auf dem Kanal. Solltet ihr noch neue Ideen haben, was wir als dritte Karriere machen können, dann schreibt es gerne auch nochmal in die Kommentare. Ich bin da nach wie vor offen. Noch ist sozusagen nicht ein Sende Schluss, aber irgendwann wird dann die Abstimmung kommen und dann, ja, braucht ihr keine weiteren Vorschläge mehr zu machen. Heute also Union Berlin. Ziemlich gute Mannschaft, obwohl der Kader, ja, gar nicht mal so gut aussieht. Aber das kennen wir ja aus der Realität auch so. Aber trotzdem, einige Baller sind auf jeden Fall am Start. Wir müssen heute auf unseren Kapitän verzichten. Schonlau ja rot gesperrt, fehlt damit in dieser Partie nach dem Foul gegen Hoffenheim. Ja, und deshalb reiß heute Capitano. Die einzige Veränderung ist, dass Tomia gegen die Startelf rückt. Und damit gehen wir rein gegen Union Berlin. Bin sehr gespannt, was das für eine Partie wird. Zu Hause für uns zuletzt also die Niederlage gegen Hoffenheim, die ja auch durchaus bitter war. Aber, ja, müssen wir hinnehmen. Davor gab es immerhin zwei Siege am Stück. Das gab es länger nicht mehr. Und damit wollen wir heute ein gutes Ergebnis rausholen. Unentschieden wäre schon top. Das muss heute das Ziel sein. Ja, es gab auch unter der letzten Folge noch ein paar weitere taktische Vorschläge. Darauf werde ich nachher nochmal eingehen, was da so zusammengetragen wurde. Aktuell sind wir ja dabei, vier Rakete zu spielen und auf Gegenpressing zu gehen. Hat in der letzten Folge ziemlich, ziemlich ordentlich geklappt. Und ich hoffe, es wird uns auch heute wieder den einen oder anderen Punkt bringen. Ganz wichtig wird natürlich das Spiel gegen Köln. Das müssen wir unbedingt gewinnen. Und auch gegen Mainz. Es ist eine wichtige Spiel, um vielleicht, ja, die Mainzer in diesen Abstiegskampf ein bisschen mit reinzuziehen. Boah, hoho, okay, okay. Da war sich Döcki aber mal überhaupt nicht sicher. Ja, das ist eben neu, dass wir jetzt hier hoch rangehen. Das war jetzt schlecht in diesem Fall. Das war zu einfach zu überspielen. Aber Meffert ist da. Das ist ja auch so eine Zweikampfmaschine. Immer wieder holt er ganz wichtige Bälle. So, legt ab. Ludovic Reis seit der letzten Folge ja wieder zurück. Und heute das zweite Mal, glaube ich, wieder in der Startelf. Und ja, da oben sehen wir es mal. 50 Karriere-Siege haben wir mittlerweile eingetütelt. Das muss dann gegen... Warte mal, aber jetzt kriegst du gar nicht mehr ganz auf die Kette. Gegen Bochum, glaube ich, gewesen sein, der 50. Und das ist ein schöner Heber von Ludovic Reis. Ein Königsdörfer, der zuletzt so ein bisschen seiner effektiven Phase hinterherläuft. Zuletzt immer mal wieder viele Chancen liegen gelassen. Und das ist hoffentlich eine Sache, auf die wir uns bald wieder verlassen können. Och, perfekt. Ich sag gerade noch was zu Königsdörfer und schon liegt der Verletzer auf dem Boden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die Ecken von Reis und dann Kopfball von Glatzel. Eine Sache, die wir bis jetzt schmerzlich vermisst haben. Und das war hoffentlich fair. Schiri sagt nein. Und dann müssen wir uns jetzt hier mal gesorgen machen über eine rote Karte für Jonas Meffert. Was ist das für ein Start, Alter? Union spielt wie Union unter Urs Fischer. Stehen tief, kontern. Ach du Scheiße. Ah, also. Da bin ich jetzt aber normal. Ganz, ganz erheblich gespannt, was das Replay sagt. Weil bis jetzt sah das blitzsauber aus. Oh mein Gott, Leute. Ey. Das ist krass. Das ist ehrlich krass. Er trifft ja nur den Ball. Er trifft ja einzig alleine den Ball. Ach du Kacke. Das ist die heftigste Fehlentscheidung, die ich jemals in FIFA gesehen habe. Das ist ja so brutal. Also wenn das seine rote Karte ist, dann ist Lionel Messi der schlechteste Fußball auf der Welt. Ja, damit der Matchplan natürlich sofort überhaufen geworden. Königsdörfer angeschlagen. Deshalb wird er jetzt hier zum Wechselopfer, der einfach raus muss. Weil ich kann nicht ohne eine Doppel-Sex spielen hier heute gegen Union Berlin. Das können wir komplett vergessen. Und hier gleich die Gelegenheit. Aber das war zum Glück abseits. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ehrlich gesagt muss ich jeden, der mir in die Kommentare schreibt, das war eine rote Karte, einfach nur auslachen. Weil das war nie im Leben rot. Das war ja nicht mal ein Foul. Also mir ist ja auch schon klar, dass er die rote Karte am Ende deshalb gibt, weil er letzter Mann war. Und nicht aufgrund der Härte des Fouls. Aber es war ja auch einfach kein Foul. Er trifft ja nur den Ball. Also am Ende, natürlich wird der Gegner abgeräumt. Aber du kannst ja nicht mehr Ball spielen als das. So, also dass der Gegner halt da ist, okay. Aber das ist halt kein Foul. Wenn du so viel Ball triffst, das ist ja nicht so, dass er erst Gegner trifft und dann Ball. Also ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung da gerne mal in die Kommentare. Aber für mich ist das niemals eine rote Karte. Super von Paul Will. Der hohe Ballgewinn gegen Robin Gosens. Mal gucken. Ja, ist natürlich jetzt auch schwierig in Unterzahl hier weiter gegen Pressing zu spielen. Das war schön gespielt. Über Nürnberger Reis und dann Alidou. Schwieriger Abschluss. Aber kommt immerhin mal aufs Tor von Renau. Paul Will. Da geht die Lücke auf. Alidou. Einzel Führung, Garzau. Paul Will. Deutsche Xavi Alonso. Ich sage es, wie es ist. Ihr wisst es, mein Verhältnis zu Paul Will ist vielleicht besser, als es sein sollte. Aber ihr müsst die Augen aufmachen. Der Typ ist verdammt nochmal Bundesliga tauglich. Also Paul Will will tiefe Pässe mit links. Die sind einfach nur Zucker. Also da war ja auch alles frei bei Union. Aber der Pass muss halt auch so kommen. Bakari Yatta. Ja, hätte ihn vielleicht auch gemacht. Aber es ist ein Nachfolger. Alidou. Der sein erstes Tor wieder im HSV Trikot macht. Nach vielen, vielen Jahren. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schön. Und das zu Hause im Volkspark. Freut mich wirklich sehr. Und ganz nebenbei in Unterzahl. Nach 35 Spielminuten Union hatte er noch keinen Torschuss. Vielleicht hätte ich das nicht so laut sagen sollen. Da sind sie jetzt nämlich mal mit einem Abschluss, der auch zählt. Die eine Chance, die sie ja hatten, das war ja abseits. Schäfer mit der anschließenden Ecke. Heuer aber da. Samoa durchgesteckt. Reis rüber für Glatze. Leite steht noch im Weg. Paul Will volles Risiko aus der zweiten Reihe. Das dürfte die letzte Aktion in Durchgang 1 gewesen sein. Eine Minute Nachspielzeit. Die jetzt dann aber auch rum ist. Sehr, sehr stark. Trotz Unterzahl, trotz Rückschlag. Mit roter Karte und Verletzung von Königsdörfer. Machen wir hier das 1 zu 0. Und das geht in Ordnung. Also 9 zu 2 Torabschlüsse. Das ist schon eine ziemlich deutliche Sprache, die Durchgang 1 hier gesprochen hat. Ob es so weiter geht oder ob dann aufgrund der Unterzahl am Ende uns die Kraft fehlt. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal können wir positiv aus der ersten Halbzeit rausgehen und in die zweite positiv reingehen. Ja, da setzt sich jetzt mal hier einer durch auf der Seite. Micky Brissi sieht dann nicht gut aus. Klar, Union kann auch aus ganz, ganz wenig Tore machen. Das weiß man ja aus der Vergangenheit. Oh, ganz wichtig, Tomiak. Langer Ball. Da waren wir nicht gut sortiert hinten. Haben uns ein bisschen locken lassen von Union. Aber eine super Grätsche von Tomiak verhindert hier ein 1 gegen 0 auf dem Torhüter. Das ist nochmal ein sehr, sehr starker Pass. Wieder auf Becker. Der dürfte mittlerweile eingewechselt worden sein. Dieses Mal kommt da keiner mehr mit der super Grätsche hin. Aber wir haben da ja noch so einen ganz guten Torhüter. Nächster Wechsel, nächster starker Joker, der reinkommt. Also Union hat noch einiges auf der Bank, wie es aussieht. Jetzt müssen wir uns hier erstmal mit dieser Ecke beschäftigen. Jetwey ist aber da. Standardsituation. Auch immer eine Sache, wo du bei Union natürlich ultra aufpassen musst. Ja, den Ball dürfen wir nicht verlieren. Tun wir jetzt auch nicht. Jetwey kriegen wir den Konter noch gefahren. Denn der Ball ist gar nicht mal so verkehrt für Mikkel Prezis. Der mit der Flanke. Bobby Glatzel zum zweiten. Beide Male geblockt. Jetzt nochmal abgelegt. Nürnberg hat ihn auf dem falschen Fuß. Paul Will. Ja, schade. Erster Wechsel bei uns in Durchgang 2. Bamba kommt für Alidu. Ich möchte jetzt aktuell wenig so, ja, die ganz wichtigen Spieler rausnehmen. Man muss ja leider sagen, auch wenn Alidu das Tor gemacht hat, äh, er ist jetzt kein für unser System so richtig wichtiger Spieler. Er ist halt ein guter Konterspieler. Ähm, und kann nun vorne dem Gegner wehtun. Aber ist jetzt nicht so essentiell wie ein Reiß oder ein Glatzel. Oh, jetzt aber erstmal aufgepasst hier. Jetwey, das war richtig wichtig. Der Konter läuft. Und Bamba, den muss er durchziehen, den Lauf da oben. Dann ist er nämlich hinter der Kette. So wird es halt schwierig. Nürnberger, super Zweikampf. Bamba wieder unterwegs. Kriegt den langen Ball. Leyte dürfte das hier bei ihm sein. Oh, das macht er gut. Setzt sich da irgendwie durch. Aber am Ende, ja, ist Türki doch noch da. Fünf Minuten aber nur noch auf der Uhr. Union braucht ein Tor für den Ausgleich. Der kann nochmal über den Flügel. Die Flanke ist nicht schlecht. Es gibt noch den Freistoß, was Samuai noch erwischt hat. Gelbe Karte dazu. Und wir nehmen nochmal Zeit von der Uhr. Auch Union bringt nochmal einen letzten Joker. Diese Standardsituation vielleicht die beste Chance, die den Hauptstädtern jetzt noch bleibt. Und die kommt verdammt gut. Aber Hoyer ist da. Jonas David als Rechtsverteidiger eingewechselt. Ist jetzt hier vorne nochmal mit dabei. Die Flanke Noah Katterbach. Ach, das hätte die absolute Entscheidung sein können. Müssen vielleicht auch. Aber jetzt ist trotzdem Schluss. Der HSV gewinnt zu Hause gegen den Dritten der Bundesliga. Gegen Union Berlin mit 1 zu 0. Und das, ja, wie viele Minuten waren es am Ende? 75 Minuten in Unterzahl, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich glaube, um und bei stimmt das. Und man hat es nicht gemerkt. Man hat es nicht gemerkt. Ali Du ist der Siegtorschütze. Königsdörfer noch auf dem Platz. Also so schlimm scheint die Verletzung nicht gewesen zu sein. Und ja, nach der Hoffenheim-Niederlage das nächste Ausrufezeichen vom HSV jetzt dann wieder. Sehr, sehr schöner Sieg. Noch dazu. Entwarnung bei Königsdörfer. Fehlt nur 5 Tage. Mal gucken, ob er gegen Mainz dann starten kann. Oder ob er da, ja, eine Pause bekommt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, als dass wir jetzt hier, ja, uns große Sorgen machen müssen. HSV verkürzt Abstand auf Union. Gut, davon würde ich jetzt nicht sprechen. Das sind immerhin auch noch 9 Punkte, glaube ich. Aber natürlich ist, nee, sogar 11. Das ist ein Ausrufezeichen, dass wir gegen den Dritten der, ja, Liga gewinnen konnten. Und es ist auch so ein bisschen das Ausrufezeichen, dass das hier wahrscheinlich aktuell das richtige System ist. Und da möchte ich jetzt auf einen Vorschlag unter der letzten Folge zurückkommen, der nämlich die Fünferkette gefordert hat. Und hier, hier haben wir es. Unser Fünferketten-System. Der hat es ein bisschen anders vorgeschlagen, was ja auch grundsätzlich richtig ist, ja, immer seine eigenen Sachen auch vorzuschlagen. Und zwar ein 5-2-2-1 war es, glaube ich. Ja, und der Hauptgrund war, glaube ich, die Defensive nochmal ein bisschen weiter zu stärken. Man muss aber auch sagen, heute haben wir zu 0 gespielt. Das finde ich immer cool, wenn ihr sowas reinschreibt. Also bitte immer nicht falsch verstehen. Ich werde jetzt die Taktik kritisieren, aber ich lobe ausdrücklich, dass ihr euch Gedanken macht und das reinschreibt, weil, ja, es lebt ja davon, dass wir uns gegenseitig austauschen. Sonst bräuchte ich hier die Karriere nicht auf YouTube zu machen. Ich möchte nur sagen, warum ich glaube, dass aktuell die Fünferkette nicht das Richtige für uns wäre. Nämlich, ja, der Kader von dem Material, was wir haben, gibt das System durchaus her. Wir haben es ja zum Beginn der letzten Saison kurz mal versucht, in Liga 2 zu etablieren. Und die Fünferkette hat ja nun wirklich auch einige Vorteile, dass du den Flügel eben nur mit einer Position besetzt und dadurch eigentlich immer zwei zwangsläufig eine Position mehr im Zentrum, ja, einfach Freiräume schaffst. Und vor allem, so wie es hier dargestellt ist, auch mit Doppelspitze, fände ich das schon nach wie vor interessant. Das Ding ist nur, wir haben es ja in Liga 2 damals getestet und ja, feststellen müssen, dass es bei uns nicht funktioniert hat. Es hat einfach nicht funktioniert, die Fünferkette. Und ich glaube nicht, dass wir aktuell in einer Situation, wo wir gerade sind, und das ist Abstiegskampf, das ist auch nach diesem Sieg, nach wie vor Abstiegskampf, einfach die Viererkette und damit die Abwehrkette mit einer Fünferkette jetzt komplett durcheinander bringen sollten. Ich glaube, das wäre zum aktuellen Zeitpunkt die falsche Idee. Ich finde die Fünferkette nach wie vor interessant, vor allem, weil, ja, in meinen Augen, du nach und nach immer, immer mehr Fünferkette im Profifußball sehen wirst. Also ich glaube, die Viererkette ist aktuell so ein Modell, was in vielen Jahren, glaube ich, nur noch die absoluten Topklubs spielen werden. Die Fünferkette ist, glaube ich, nach wie vor die Zukunft. Da werden auch irgendwann andere Trends kommen, die das wieder zunichte machen. Aber aktuell ist es, glaube ich, noch der Trend mit den Schienenspielern, der am ehesten verfolgt wird. Deshalb finde ich den Aspekt sehr interessant. Würde das gerne aber auf, ja, die nächste Saison verschieben, dass wir uns dort nochmal überlegen, ob wir vielleicht auf ein Fünferketten-System umstellen, weil sowas hat immer auch viel mit Eingewöhnung zu tun. Und das jetzt hier mitten im Abstiegskampf umzustellen, fände ich ein bisschen zu hart. Ja, wir haben unser System schon krass umgestellt, aber die Viererkette ist immerhin eigentlich relativ gleich geblieben. Und das sollte schon immer so unser Grundpfeiler in der, ja, Formation sein. Deshalb, wie gesagt, danke. Ich freue mich immer, wenn da taktische Anregungen kommen. Und daraus kann ich ja eigentlich auch nur was lernen. Aber aktuell läuft es halt auch ganz gut, muss man ja wiederum sagen, mit dem jetzt dann fünften System gefühlt in dieser Saison. Also es ist ja nicht so, dass meine erste Idee hier gleich perfekt war. Aber ihr habt, ja, größtenteils euch für Pressing ausgesprochen. Und siehe da, es ist die richtige Idee. Also ich nehme da durchaus auch immer sehr, sehr gerne eure Vorschläge an. Nur in diesem Fall sage ich halt, ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um auf eine Fünferkette zu switchen. So, dann haben wir hier einige Nachrichten. Ja, Spieler verletzt, dazu Spieler gesperrt und Sperre abgelaufen. Das sind natürlich so ein paar Sachen. Hallo Boss, es wird über meine aktuelle Rolle geredet. Ich mache das, was für das Team am besten ist, muss ich da einfach sagen, weil in der Situation nach der roten Karte mussten wir so umstellen. Ja, nach wie vor ist Schonlau als unser Kapitän irgendwie frustriert. Ich verstehe es nicht so ganz. Feuer Fernandes wiederum ist sehr glücklich. Und Jensen ist enttäuscht, dass er nur von der Bank kam. Der wollte gerne in die Startelf, aber es tut mir leid, wenn Ludovic Reis fit ist, ja, dann ist auch ein Jensen eher ein Bankkandidat. Selbiges gilt übrigens für Polmann, bei dem wurde auch unter der letzten Folge gefordert, dass er doch häufiger mal von Anfang an spielen soll. Aber, ja, ich finde Paul Will, also an Paul Will ist aktuell echt kein Vorbeikommen. Reis eigentlich ja auch nicht. Und Meffer, der ist jetzt gesperrt und das ist nicht so gerade die Position für Polmann. Es ist schwierig, aber wir wollten den breiten Kader haben und, ja, hätte Königsdörfer sich jetzt länger verletzt, hätten wir auch definitiv diesen breiten Kader gebraucht. Also, da bin ich schon froh, dass wir einen Polmann auch haben und wir haben ihn nicht als absoluten Stammspieler geholt. Ich glaube, das weiß er auch und deshalb, ja, muss er sich natürlich seine Plätze erkämpfen. Man muss ja aber auch sagen, er hat es bis jetzt eigentlich immer recht gut gemacht. Vor dem Duell gegen Mainz sind wir jetzt übrigens nur noch einen Punkt hinter ihnen. Also, das wird richtig eng und sind auch schon fünf Punkte aktuell vor dem Relegationsplatz. Ist natürlich alles noch super eng. Also, das kann sich so schnell wieder in die andere Richtung drehen. Aber, das ist wie so gegen Hoffenheim in der letzten Folge. Einen Schritt, wo wir jetzt echt mal, ja, einen kleinen Schritt rausmachen könnten aus dem Abschickskampf. Deshalb wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel tatsächlich. Dann möchte ich noch ein paar Transfervorschläge hier eben nennen. Die möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Baumann von Bochum soll ich mal scouten. Mache ich gerne. Leon Lauberbach, Ex-Kieler, als potenzieller Glatzenachfolger, weil ähnlicher Spielertyp. Waldemar Anton hier bei Stuttgart. Stuttgart muss man ja bedenken, hier in der Karriere eine andere Nummer als in der Realität. Das muss man schon dann karrierespezifisch realistisch sehen. Sambo, Jeboa und auch Oßmann als auch Mannhoff. Dazu habe ich schon viele, viele Spieler jetzt mal, wo das Scouting abgelaufen ist, von der Transjärliste runtergeschmissen. Das wurde schon häufiger bemängelt, dass ich da mal ein bisschen aufräumen soll. Und ist natürlich auch richtig. So ein Spieler wie R.A.M.B. oder Osterhage, die aber durchaus sehr interessant für uns sind, habe ich jetzt dann draufgelassen und einen neuen Scouting-Auftrag angefordert. Ich hoffe, wir werden bis zur nächsten Folge noch viele, viele weitere Transfervorschläge zusammentragen können von euch. Überlegt, wie gesagt, auf welcher Position wir Bedarf hätten. Immer wieder genannt wurde die Flügelposition. Da wir auf dieser mit Königsdörfer nur einen Unterschiedsspieler hätten, lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen, ob das dann wirklich so ist, ob Alidu kein Unterschiedsspieler ist. Das soll jeder für sich entscheiden. Ich finde aber grundsätzlich die Idee, noch einen Flügelspieler zu holen, nicht ultra schlecht. Vor allem hätte ich dann, wenn dann gerne einen Spieler, der ein bisschen Flair reinbringt. Also einer, der auch mal einen geilen Trick macht und dadurch einfach auch die Fans wieder so ein bisschen besänftigen kann, wenn es mal nicht so gut laufen sollte. Und dort hatten wir bereits über den guten Mann hier gesprochen im Sommer. Luciano Rodriguez finde ich super nice, weil das ist halt so ein völlig unbeschriebenes Blatt. Völliger Random Transfer wäre es, aber genau sowas finde ich halt sehr, sehr cool. Einen Spieler, der jetzt noch nicht so mega bekannt ist, zu verpflichten. Das hätte durchaus seinen Reiz und der halt, wie gesagt, so ein bisschen Flair-Charakter, ein bisschen Straßenfußballer-mäßig mit sich bringen würde. Also wir haben doch schon den einen oder anderen Spieler hier auf der Liste, aber da bin ich doch sicher, dass wir dort auch noch mal ein paar Vorschläge sammeln. Ihr könnt aber auch gerne in die Kommentare schreiben, nee, ein Flügelspieler aktuell, da gibt gar keinen Sinn, weil der Kader ist schon breit genug. Das ist für mich auch eine legitime Meinung. Da müssen wir dann aber eben, ja, ein bisschen diskutieren und am Ende kommen wir dann hoffentlich zu einem vernünftigen Ergebnis. So, dann geht es also rein gegen Mainz und das ist eine verdammt gute Mannschaft, die ich hier sehe bei den Mainzern. Ja, da ist der ein oder andere gute Offensivspieler dabei, aber vielleicht ein bisschen zu offensiv das Ganze ausgerichtet. Das könnte eventuell eine Chance für uns sein. Bei uns gibt es einige Veränderungen. Schola rückt wieder rein für Tomiak. Tomiak und Jetwey haben es beide gut gemacht. War eine schwierige Entscheidung, hat mich für Jetwey entschieden. Dann Nürnberger als Mehrvatersatz, auch der hat es gut gemacht im letzten Spiel. Und dann rückt Polmann rein für Königsdörfer, der ist erstmal nur auf der Bank, konnte nicht voll mittrainieren die Woche. Deshalb, ja, kriegt jetzt Polmann mal die Chance auf dem Flügel. Und dieses Duell, wo uns ja nur ein Punkt vor den Mainzern trennt, ist wieder ein Heimspiel. Polmann wird das Ganze natürlich etwas anders interpretieren. Und Gruder, Riesentalent in der Realität, wie auch hier in FIFA, der hat im letzten Spiel zwei Tore gemacht, steht heute neben Jay Sung Lee, Ex-Kieler und Ex-Transferziel der Hamburger in der Startelf. Und wir gehen rein in die Partie. Rauf geht es. Anstoß gehört Mainz und wir wollen den nächsten Heimsieg. Und Jonas Meffert bricht heute natürlich eine absolute Stütze weg. Und das geht gleich gut los. Hier drei Minuten. Mainz führt durch Paul Nebel. Ja, Scholler ist zurück als Stütze. Meffert ist weg. Habe auch lange überlegt, ob ich nicht vielleicht auf Kran setzen soll. Aber Nürnberger hat es eigentlich sehr gut gemacht nach Einwechslung. Und hier macht das Heuer-Fernand das erst gut. Und dann ist es tatsächlich Nürnberger, der nicht schnell genug da ist, beziehungsweise überhaupt nicht. Ja, ist gegen Paul Nebel und das ist der frühe Rückstand. Naja, sehen wir es positiv. Es gibt noch viel Zeit, um dieses Ergebnis wieder gerade zu rücken. Amidou nach einem langen Ball von Heuer-Fernandes. Das hat da sehr, sehr stark hier gemacht. Dort. Ja, und dann... Naja, dann ist es dumm gespielt von mir einfach. Das muss klarer herausgespielt sein. Mainz ist ziemlich, ziemlich da. Also das wird hier eine ganz, ganz harte Partie werden. Ecke war jetzt mal nicht so gut. Vielleicht Kontergelegenheit, langer Ball. Einfach mal zu Polmann. Der macht den sehr gut fest. Ist dann jetzt aber erstmal relativ alleine. Kriegt aber noch den Ball rüber. Für Faride Alidou. Und der muss natürlich jetzt Glatzel in der Mitte suchen. Findet den auch. Super Chance. Super herausgespielt. Gut pariert. Oh, Micky Brissis. Dort in guter Position plötzlich aufgetaucht. Wieder der Mainzer Torhüter. In einer guten Tat zur Stelle. Aber wir sind da. Man muss aber auch sagen, die Mainzer sind auch irgendwie da. Also 2-0. Also 0-2 oder 1-1 ist gerade beides absolut drin. Jetzt die Chance. Ja. Ich habe es gerade noch gesagt. 2-0 genauso drin. Und Ruder macht es. Und wie. Und wie. Also sorry. Das ist ja Geistesgang. Zwei Mainzer Eigengewächse mit den Toren. Mainzer sowieso eine der underratedsten Jugenden. Ich glaube mittlerweile jetzt nicht mehr so. Aber die haben ja eigentlich so eine krasse Durchlässigkeit. Wenn man mal überlegt, wer da alle so rumläuft. Johnny B. Viper. Gruder. Nebel. Gut, der ist in der Realität verliehen. Aber trotzdem. Das ist schon heftig. Und hier das 2-0. Ist sehr, sehr bitter. Weil wie gesagt. Wir waren auch nah dran am Ausgleich. Okay. Wenn das nicht rot ist. Dann bin ich durch für heute. Dann bin ich durch. Weil dann ist es eine Bodenlosigkeit. Die ich lange nicht mehr gesehen habe. Es ist gelb. Es ist gelb für Chervi. Das müsst ihr mir erklären. Digga. Das ist so geisteskrank. Dieses Foul. Digga. Der hätte da gerade die Karriere von Alidu beenden können. Das ist gelb. Ich finde es ultra dumm, dass dieses Foul gespielt wird von der KI. Weil es ist unrealistisch. Es ist unnötig. Es ist. Ja. Absoluter Quatsch. Aber wenn es gespielt wird, muss es auch rot sein. Reis setzt sich irgendwie durch. Und Glatze kommt da noch ran. Da war Hansen Olsen oder wie der Typ heißt. Nicht ganz wachsam. Die Ecke ist gut. Und ihr wisst es. Ich habe es noch angekündigt. Diese Kombination haben wir bis jetzt echt vermisst. Und jetzt ist sie wieder da. Ecke Reis. Kopfball Glatze. Gleichung. Gleich Tor. Und ja. Hier haben wir es wieder einmal gesehen. Perfekt ausgeführt von den beiden. Und der HSV endgültig zurück in der Partie. Oh Mann. Ja schade. Gute Aktion von unserer Nummer 22. Und nochmal die Ecke raus. Das hat eben schon sehr gut funktioniert. Und sowas kann auch mehrfach in der Partie gut funktionieren. Jawohl. 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 Bobby Glatze. Vorlage von 0 für 3. Es ist einfach OP. Es ist verdammt nochmal OP dieses Deal. Let's go. Es ist so wichtig. Tor heute absolut bedient. Und das verstehe ich in diesem Fall auch echt. Weil da war jetzt gerade eine Chance da. Für die Mainzer diese Ecke zu verteidigen. Da waren sie nämlich voll dran. Zu dritt stehen sie da um Glatze herum. Und verlieren trotzdem das Duell. Ohne dass Glatze überhaupt den Boden. wirklich verlassen muss. Und der HSV kommt innerhalb von kürzester Zeit von 0,2 auf 2,2 zurück. Dank zweier Ecken von Ludovic Reis. Unentschieden geht zur Pause auch absolut in Ordnung. Also wir dürfen uns jetzt echt nicht hier irgendwie kleinreden lassen. Weil wir spielen genauso mit wie es auch meins tut. Also wirklich Statistiken zur Pause absolut ausgeglichen. Unentschieden geht stand jetzt in Ordnung. Und mal gucken was die... Ja, Digga, Chevy, Alter. Ich sag nichts mehr dazu. Der kann froh sein, dass er noch auf dem Feld ist und macht hier wieder so eine dumme Grätsche. Was soll denn das? Oh, starker Bass auf Lochzeck. Adam Lochzeck. Oh, zweiter Ball noch heiß. Dritter Ball noch heiß. Irgendwie werfen unsere Jungs sich rein. Vierter Ball, der ist drin. Nee, Heuer ist da. Gruder geht raus. Früh in der Partie. Also da wird er ein bisschen geschont. Das ist auf jeden Fall gut für uns. Aber also Jorg natürlich ein auch, ja, sehr gefährlicher Spieler. Oh, Lochzeck. Forsten, Samoa, Torwart. Jawohl. Meins jetzt immer mal wieder mit ein bisschen Pressing. Das kriegen wir in diesem Fall aber gut überspielt. Und da ist Glatzel. Aber auch auf der anderen Seite können sie Schüsse blocken. Glatzel. Nächste Chance. Faride, Ali, du scheitern im Torhüter. Meins kommt über Hau. Ach, Digga. Schonlau, Alter. Ich raste gleich aus bei dem Gegentor. Was macht der denn? Also wenn du nicht alle vier hinten gleichzeitig steuerst, dann kannst du es auch wirklich manchmal komplett in die Tonnen treten. Das ist ja geisteskrank. Schonlau bewegt sich weiter zur Auslinie. Hier, guck mal, guck mal. Er bewegt sich weiter zur Auslinie, anstatt den Passweg dazu zu machen. Ja, 3-2 Meins. Hätte auf beiden Seiten fallen können. Tendenziell ist es für Meins etwas verdienter. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Joker-Material. Königswerfer kommt rein für Polmann. Hat es nicht schlecht gemacht. Hat die Ecke fürs 2-2 rausgeholt. Da war jetzt auch nicht mega auffällig heute gewesen. Mal gucken, ob Ranzi uns nochmal helfen kann. Das war die nächste Riesenchance. Paul Nebel, der das da sehr stark gemacht hat. Aber noch bleibt es hier bei der nur-ein-Tore-Führung. Und das wird jetzt sehr eng. Nochmal der Ball high. Schonlau da, aber wir kriegen ihn nicht rausgeklärt. Ja, scheiß drauf. Scheiß doch einfach drauf. Meins ist besser. Wir müssen es einsehen. Ja, und deshalb rotiere ich jetzt auch einfach. Wir müssen die Niederlage hinnehmen. Wenn wir jetzt nicht gerade noch ein paar Ecken haben. Aber Glatze geht jetzt auch raus. Tom Sanne kommt rein. Ja, müssen wir jetzt einfach mal einsehen. Das wird hier heute nichts mehr. Elia Kral kommt mal zu einem Einsatz. Er, Kral sei schon Kran. Jomea kommt rein. Ebenso Katterbach und eben Tom Sanne. Oh, der Ball ist gut. Ranzi. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht zu Ranzis aktueller Form sagen, als dass der jetzt wieder nicht reingeht. Der macht halt echt so viel richtig, aber er hat aktuell einfach kein Glück. Alidu geht nochmal vorbei, kriegt er die Flanke rüber. Ne, da merkt man dann halt auch immer wieder, dass es nur Alidu ist und ja, nicht Franck Ribéry. So, und damit war es das von dieser Partie. Heimniederlage gegen Mainz. Ähnlich wie gegen Hoffenheim die Chance gehabt, mal unten ein bisschen rauszukommen. Dann wird es aber doch wieder eindeutig, ja, gezeigt, aufgezeigt bekommen, dass wir in dieser Saison definitiv nur gegen den Abstieg spielen werden. Und das ist auch völlig okay, denn noch vier Gegentore ist ein bisschen viel. Ja, ich glaube, ich muss gar nicht viel zu der Partie sagen, ähm, aber, ja, ähm, Bama durfte ich jetzt gar nicht spielen, glaube ich. Den habe ich gar nicht mehr eingewechselt. Der wollte eigentlich ganz gerne den Königsdörfer ersetzen, aber habe mich da für Polmann entschieden. Ja, müssen das einfach abhaken. Wir haben jetzt jetzt nächstes Gladbach. Wie gesagt, machen wir eine Schnellsimulation draus und dann zum Abschluss der Folge nochmal ein wichtiges Spiel gegen Köln. Zwei Spieler könnten wir verlieren. Meffat und Reis, da werden wir, ähm, dann in der nächsten Folge mal reingehen in die Vertragsverhandlungen. Ähm, habt euch bis jetzt alle dafür ausgesprochen, dass wir beide Verträge eigentlich verlängern sollen. Deshalb denke ich, werden wir das am Ende auch machen. Vielleicht dann aber bei Reis mit einer Freigabesumme, weil, ja, äh, der ist schon verdammt gut. Der ist schon echt verdammt gut. Äh, ist jetzt auch kein Zufall, dass die Ergebnisse jetzt gerade wieder ganz gut werden, wenn Ludovic Reis auf dem Feld steht. Zwei Vorlagen im letzten Spiel gemacht. Der ist verdammt wichtig, verdammt gut. Und, ähm, na, mal gucken. Der könnte auch durchaus nochmal woanders spielen, glaube ich, als nur beim HSV. Auch wenn er sich in Hamburg ja sehr, sehr wohl fühlt. Ich meine, der ist bei uns jetzt hier aktuell zweiter Kapitän hinter Schonlau. So, vor der Partie gegen Gladbach sind wir nur noch knapp vom Relegationsplatz. Allerdings hat Stuttgart auch schon ein Spiel mehr. Das ist die Mannschaft. Achter Platz aktuell Gladbach. Die spielen Flügelspiel. Und wir rotieren heute mal ein bisschen für diese Partie. Mal gucken, ob das die richtige Entscheidung, ähm, ist. Gegen den Achten gehen wir also rein. Schnell Simulation zum ersten Mal in der Bundesliga. 2-0 Auswärtssieg. Samua und Jensen machen die Tore. Das ist doch mal richtig, richtig geil. Revanche damit für den Pokal, fürs Pokal ausgeglückt. Und ein absolut nicht eingeplanter Sieg, der uns natürlich super hilft im Abstiegskampf. Also den Erfolg nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Jetzt dann gegen Köln. Die sind mittlerweile unten auch etwas rausgekommen. Man muss ja sowieso sagen, unten ist mittlerweile eigentlich, ja, erstmal mit einem gewissen Puffer auf drei Teams zu reduzieren. Hertha, Stuttgart, Bochum. Wir haben vor dem Relegationsplatz ganze 8 Punkte Vorsprung. Die Hertha selbst hat erst 9 geholt. Das ist schon echt nicht wenig, muss man sagen. Köln allerdings ein Gegner, den wir mit einem Sieg überholen könnten. Ich habe richtig Bock. Nochmal ein Heimspiel. Was eine geile Folge. Auf geht's gegen die Kölner. Mir fällt es jetzt gerade so ein bisschen ein. Das hätte ich vielleicht mal vorher ansagen können. Ihr könnt doch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Spieler sich wieder einen Entwicklungsplan verdient haben. Für die, die es nicht wissen, ich mache es ganz gerne so, dass ja nur die Spieler, die auch wirklich sehr, sehr gut waren, einen Entwicklungsplan bekommen, um so ihr Gesamtrating dann ein bisschen zu pushen und auch realistisch sich nur verbessern, wenn sie sehr, sehr gut sind. Deshalb gerne mal da eure Kandidaten reinschreiben. Für mich wäre es auf jeden Fall ein Paul Will, aber da gibt es auch noch den ein oder anderen Kandidaten. Da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. So, und dann jetzt also das Duell gegen den 1. FC. Freue ich mich sehr drüber. Interessante Mannschaft mit auch noch vielen Spielern aus der Realität. Standardtaktik bei den Kölnern. Bei uns viele Veränderungen natürlich im Vergleich zur letzten Partie. Jensen, einer, der in der letzten Partie brillieren konnte von der Bank, startet heute mal auf dem rechten Flügel. Micky Prezis wird dadurch ein bisschen mehr nach vorne mitarbeiten dürfen. Und damit gehen wir rein gegen die Kölner. Heute ein Sieg und wir können die Hinrunde so gut beenden, wie ich es mir überhaupt nicht hätte vorstellen können vor dieser Folge. Also alles reinhauen. Im Volksparkstadion drei Heimspiele in einer Folge. Also das hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Und ich hoffe, dass wir heute noch ordentlich häufig die Torhymne hören werden und wenig uns über Gegentore ärgern müssen. Erste Chance gehört aber Köln. Feuer Fernandes und der Pfosten. in Kombination müssen herhalten, um diese Situation noch zu klären. Köln macht einen sehr guten Eindruck in den ersten Minuten. Dazu dann die erste Kontergelegenheit. Königsdörfer. Jensen, natürlich jetzt nicht der schnellste für den Flügel, aber er soll unterstützt werden von Micky Prezis. Der ist auch da. Sucht dann Jensen, hätte vielleicht Glatzen mitnehmen müssen. Ein ganz starkes Tackling von Samoa im Sechzehner. Das war kein Abseits von Glatze. Und Reis ist dabei. Das war Abseits verdächtig. Da geht die Fahne leider hoch. Ja, keine großartig vielen Chancen bis jetzt. Aber eine sehr interessante Partie, auch wenn ich euch wenig zeigen kann. Viel Kampf, viel gutes Pressing von beiden Mannschaften. Und ja, sowieso merkt man hier einfach die Spannung in dieser Partie. Jetzt schenken wir den Kölnern leider eine Ecke. Und die können ja durchaus auch mit Standards etwas anfangen. Erik Martell wird da gesucht. Und der zweite Ball, Luca Kiel. Ja, ach Digga, warum sage ich das mit den Standards? Denn wie wir die Ecke zulassen, ist so dumm. So lanky mit dem Tor. Ach Mann Alter, dieses Tor ist doch einfach nur scheiße. Digga, Luca Kielian kloppt da einfach mal irgendwie so in die Menge. Und das führt zu einem Tor. Das darf doch nicht wahr sein. Und guckt euch jetzt an, wie wir die Ecke zugelassen haben. Und dann kommt es hier dazu, dass Schonlau den abfängt. Und dann, ja, dann ist es halt einfach von beiden nicht gut. Von Samoa nicht und von Schonlau nicht. So darfst du eine Ecke nicht herschenken gegen Köln. Und das ist halt so ein bitteres Gegentor. Weil, ja, es ist hier eine Partie, wo wenig Chancen das Spiel entscheiden werden. Das merkt man schon. Und dann halt so etwas, ja, denen zu schenken. Und wir wissen ja, dass Köln auch sowas kann, ne. Das ist halt bitter. Erstes Tor auch noch für Solenki. Das ist immer der komplette Nachtritt. Nein, na. Nochmal ein Schuss aus der Distanz. Wir kommen noch gar nicht zu Abschlüssen. Damit ist Durchgang 1 beendet. Und ich bin richtig unzufrieden mit unserer Mannschaft. Das ist vorne und hinten bis jetzt nichts. Dummes Gegentor, ja, klar. Aber wir haben hier keine eigenen Chancen. Aus diesem Grund gibt es einen frühen Doppelwechsel. Mejid kommt rein für Jensen. Der war es einfach nicht auf der rechten Seite. Ebenso Ex-Kölner. Katerbach in die Partie für Miquel Brissis, der heute auch weites Gehens überfordert wirkte. Katerbach und der andere Joker. Der heißt Mejid. Das war eine tolle Idee von beiden. Leider dann aber Luca Kilian, der ja am 1-0 groß beteiligt war. Sehr aufmerksam. 0-3 ist jetzt mal ein guter Ball für Ranzi. Er findet nicht den Moment zum Abspiel oder Abschluss. Köln verwaltet diese Partie jetzt einfach überragend aktuell. Also, wir sehen hier kaum den Ball. Also, das ist echt heftig. Wir sind nach vorne gekommen. Das ist halt auch super gefährlich. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Deshalb wechsle ich hier erstmal. Das tun die Kölner auch. Und die tun es gleich doppelt. Und wir werden es auch doppelt tun. Königswerfer geht raus. Der ist einfach nicht mehr fit genug. Tom Sanne kommt rein als Edeljoker. Nürnberger für Meffert. Oh, schon laut do. Das ist doch kein Abseits. Nee, 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 das will ich sehen. Das will ich sehen, dass das Abseits ist. Das möchte ich sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Fußspitze ist es im Abseits. Ja, das mache ich hinten auf. Aber Heuer Fernandes hält uns in der Partie. Nochmal. Unser Torwart. Unser Neuklatze. Nee, Robert Glatze ist heute auch überhaupt nicht in der Partie. Ach, stark. Mejid. 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 Irgendwie. HSV. Mejid macht es. Und ich weiß nicht, wer den Zweikampf da geführt hat. Höchstes Risiko. Aber es ist ein genialer Zweikampf, der da geführt wurde. Müssen wir uns gleich im Mejidland nochmal angucken, wie die Vorlage ging wieder mal aufs Konto von Paul Will. Auch wenn er die nicht gut geschrieben bekommen wird. Weil es dann am Ende Pingpong ist mit Chabot, der eingewechselt wurde. Und auch der eingewechselte Mejid, dessen Brust dann richtig steht. Und er macht sein erstes Bundesliga-Tor. So, jetzt kommen wir hier in der Analyse. Also volles Risiko. Wenn ein Kölner hier tief geht und einfach nur ein langer Ball gespielt wird, dann ist es das 2-0. Aber jetzt hier, wenn Husim Basic, ist es glaube ich, einfach nur tief auf Pakarada oder Leiner spielt. Wie heißt er? Leiner, oder? Ach, egal. Linden Meiner. So heißt er. Dann ist es durch. Aber Florian Kainz, dann mit dem Rücken zum Tor. Und dann ist es glaube ich Samua, der hier jetzt den Ball da wegspitzeln wird. Jawohl, das ist so gut. Das ist so verdammt gut. Paul Will spielt ihn dann nochmal rüber für Reis. Zurück auf Paul Will. Mejid völlig frei. Und dann mit dem Glück des Tüchtigen. Sagen wir es mal so. Letzter Wechsel noch. Reis geht raus. Für die letzten Minuten kommt Tom Schröder noch in die Partie. Nachspielzeit wird es noch geben. Die müssen wir jetzt noch überstehen. Boah, das ist nochmal ein guter Ball hier nach außen. Aber Katerbach ist da. Und dann wird es das gewesen. Euer Fernandes macht das nochmal sehr spannend. Aber dann ist Schluss. Ein 1-1-unentschieden. Ein Punkt, der etwas glücklicher für uns ist. Weil Köln war definitiv ja auch in der Lage hier heute zwei Tore zu schießen. Wir waren es nicht. Ich glaube wir hatten einen einzigen Abschluss. Der war dann über Umwege drin. Aber ja, solche Punkte musst du dir manchmal im Abstiegskampf vergaunern. Mejid, für den freut es mich sehr. Keine einfache Hinrunde für ihn gewesen. Nur sechs Einsätze. Aber jetzt dann konnte er sich mit dem Tor nochmal empfehlen. Mit 1 zu 9 Torschüssen. Ein glücklicher Sieg an Heiligabend für den HSV. Ja, Jensen mit einem eher schwachen Spiel. Dafür kam Mejid als Joker dann rein. Und ja, Glatze nach wie vor natürlich sehr, sehr stark. Der dürfte in der Torschützenliste auch gar nicht so schlecht dastehen. Da will ich nochmal kurz rausgucken. Tatsächlich zweiter hinter Openda von Leipzig. Ja, Jensen schuldigt sich dann auch. Da muss mehr kommen, sage ich jetzt einfach mal. Ronny Baumann wurde gescoutet. Sieht nach einem sehr interessanten Talent aus. Also erinnert mich auf jeden Fall an den. Sollte Bochum absteigen. Und danach sieht es ja aktuell aus. Ganz ist die Hinrunde noch nicht beendet. Wir müssen noch gegen Leverkusen spielen. Das ist dann aber erst nach der Winterpause. Deshalb gucken wir jetzt mal auf die bisherige Tabelle. Leverkusen punktgleich und Tordifferenzgleich. Mit Bayern an der Spitze. Dann kommt der BVB auch punktgleich. Aber ein schlechter in der Tordifferenz. Dann Leipzig mit nur einem Punkt weniger. Dann Frankfurt mit zwei Punkten weniger als Leipzig. Also verrückt eng ist es vorne. Das ist mal ein Meisterschaftskampf, wie man ihn sich wünschen würde. Wolfsburg, Gladbach, Union, Freiburg, Köln. 20 Punkte Köln. 18 Mainz. 18 HSV mittlerweile. Also diese und die letzte Folge haben wir ja so rausgerissen, dass es geisteskrank. Sind auf einem guten Weg. 40 Punkte Ziel zu erreichen. Gegen Leverkusen werden wir höchstwahrscheinlich verlieren. Dann hätten wir aber 18 Punkte geholt in der Hinserie. Und wenn wir in der Rückrunde etwas besser nur performen, haben wir die 40 Punkte drin. Knapp verfolgt werden wir von der TSG aus Hoffenheim. Schalke als Mitaufsteiger. Augsburg auf der 15. Und dann, ja. Hertha konnte jetzt nochmal gewinnen am letzten Spieltag, wie es aussieht. Denn die sind nochmal ein bisschen rangekommen. Aber immer noch, ja. Und mit einigem Vorsprung können wir auf die auf dem Relegationsplatz blicken. Dann die Stuttgarter mit 9 Punkten. Und Bochum abgeschlagen. Letzter mit nur 4 Punkten. Bester Torstütze stand jetzt also Openda. Bester Vorlagengeber. Thüram. Dort ist unser bester Paul Will. Hört, hört. Ja. Mich überrascht das nicht. Und Kepa tatsächlich bester Torhüter bei den Bayern. Und Heuer Fernandes, auch wenn wir viele Gegentore haben, aber auch 4x zu 0 gespielt. So, dann war es das für diese Folge. Schreibt gerne alles Mögliche zur Wintertransferphase rein. Ich will auf jeden Fall die Verträge verlängern mit Meffat, Reis, Andresen, habt ihr gesagt, eher auslaufen lassen. Ich glaube, damit könnten wir leben. Der hat erst ein Spiel gemacht. Schreibt mir aber auch gerne mal in die Kommentare, ob wir unsere ganzen Talente, die wenig gespielt haben, beispielsweise an Elia Kran, ein Nemeth, ein Tom Schröder, ein Jonas David auch, obwohl wir den eigentlich im Kader brauchen würden oder eben auch ein Mejid nochmal verleihen sollen oder ob die, ja, irgendwie auch die Saison mit wenig Spielzeit überleben müssen, weil wir sie ja tendenziell dann auch in gewissen Situationen brauchen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, Transfer-Vorschläge, auf welchen Positionen sollen wir was tun? Sollen wir überhaupt was tun? Sollen wir die Verträge mit Meffat und Reis wirklich verlängern oder sagt ihr doch, nee, lass mal auslaufen? Das alles in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge der Schmieler-Karriere. Dort gab es in der letzten Folge übrigens die Abstimmung, ob wir zu Real oder Barca wechseln wollen und in zwei Tagen geht es dann auch schon weiter mit dem HSV. Ich hoffe, da sehen wir uns dann spätestens wieder. Bis dann, macht es gut und ciao!